Die US-amerikanischen Aktien sind auf dem Weg nach oben. Zumindest mal, wenn man den S&P 500 anguckt, sieht das ganz gut aus. Allerdings muss man dazu sagen, es ist noch mehr oder weniger, genauso wie wir das gestern uns mal überlegt haben, als ein typisches Fallbeispiel. Nämlich, gucken wir uns den 4-Stunden-Chart an, dann sehen wir uns das noch mal an. Ihr erinnert euch vielleicht starke Abwärtsbewegung, Korrektur, starke Abwärtsbewegung, Korrektur und die letzte Abwärtsbewegung. Das ist sozusagen der erste Teil der Bewegung. Anschließend bräuchten wir dann klassischerweise etwas, was dreiwellig aussieht, zum Beispiel hoch, runter, hoch, so wie wir das hier jetzt haben. Jetzt müssen wir noch mal gucken, bleibt es bei der Dreiwelligkeit, bzw. ist das hoch genug hier gelaufen, im relativen Verhältnis hier, um nachher zum Beispiel so eine Abwärtsbewegung mitzubringen. Das wird jetzt einige verwirren, wieso jetzt, gerade sagt er noch, der Kurs geht hoch, jawohl, und jetzt redet er aber, damit es nachher runter geht, hallo, was soll das denn? Das müssen wir uns noch mal angucken, ganz kurz, relativ leicht erklärt. Klassischerweise folgt auf einem Fünfweller sehr, sehr gerne, muss nicht, aber sehr, sehr gerne ein Korrekturmuster wie zum Beispiel sowas oder notfalls auch mit mehrfach wackeligen Bewegungen, die alle darauf hinweisen, dass diese Bewegung korrektiv ist. So, wenn dies so aussehen würde, wäre das geschickt, weil dann wissen wir ziemlich sicher, dass es korrektiv ist, denn da seht ihr schon relativ schnell den Unterschied zu der starken Bewegung durch die vielen Kursüberschneidungen, die wir da haben. Im Moment haben wir aber hier nur eine Dreiwelligkeit, so wie das hier aussieht, und bei Dreiwelligkeit wissen wir noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich dreht. Wann wüssten wir das denn? Na ja, vorbei wäre die Chance für die Aufwärtsseite ziemlich wahrscheinlich, wenn wir durch dieses Niveau hier gehen. Das ist das letzte Zwischentief, am neunten, also heute um acht Uhr. Alle Werte, die ihr seht, sind die Future-Kurse auf dem März-Kontrakt S&P 500. Wenn ihr abweichende Kurse habt, weil ihr auf irgendeinen CFD zurückgreift, sind die Kurse anders. Also das Tief, was ich hier habe für den Future, das liegt bei 3978 ungefähr, bitte jetzt nicht auf Millimeter genau gucken, aber so auf diesen Ding, das findet ihr aber relativ leicht im Chart, wenn ihr selber drauf guckt, ist dieses Tief sehr, sehr auffällig von heute Vormittag. Wie jetzt? Also wenn der Kurs da durchgeht, jawohl, dann ist das mit der Aufwärtsseite längst nicht mehr so attraktiv und wir hätten unter der Voraussetzung, dass das eine vollständige Korrektur ist, ist die besten Chancen, dass es weiter nach unten geht. Wann ist es eine vollständige Korrektur? Messen wir vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Es müsste dann in die Zone zwischen 38, 20, 50, 61, 8 Fibonacci selber mal ausprobieren, macht Spaß. Da in diese Zone sollte das rein, hat er gemacht. Dreiwellig hat er gemacht. Jetzt also Short? Ne, 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 ne. Erst Shorten, wenn er durch diese Marke, die ich eben hier angekündigt habe, ungefähr 3980 hier auf das Tief hier aus, da drunter geht. Und dann, wenn er das jetzt bald macht, also jetzt nicht noch mal Kilometer weiter steigt, sondern quasi das hier bei der Hochstelle bleibt, dann wäre die Mindesterwartung klassischerweise, dass sich das, was sich hier vorne ergeben hat, hier hinten noch mal auftut. Das heißt, dass wir irgendwo 3910 in etwa erreichen. Damit haben wir eine Trading Idee. Der Kurs muss jetzt nur noch eins machen. Er muss hier durch diese Marke durchgehen. Sollten wir das als Trade des Tages schon festhalten? Mit klaren Marken. Naja gut, diese Marke ist klar. Diese Marke ist klar unter der Voraussetzung, dass er dieses hoch vorläufig nicht mehr überschreitet. Klar, wenn er da noch mal drüber geht, dann rutscht natürlich auch diese Marke immer höher. Das ist logisch und damit wird das Chance-Risiko-Verhältnis schlechter. Die einfachste Variante, das zu stoppen ist, naja, wenn es dann nicht mehr steigt, sollte es natürlich keine weiteren Hochs mehr hier geben. Könnte ich doch den Stopp hier hinsetzen. Wir haben eine andere Variante. Viele von euch wissen das. Wir messen von dem Startpunkt der vermutlichen, es ist bisher nur vermutlichen Abwärtsbewegung. Also im Moment ist es eine Abwärtsbewegung, weil es ist ja alles, was rechts von dem Hochpunkt ist es weiter unten. Und dann messen wir zum Einstiegspunkt hier. Das heißt, unser Stopp läge für diese Idee auf der 3, 78, 6er Marke. Das muss man nicht so machen, aber es bietet uns ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Risikogröße ist dann im Prinzip so groß und die mindest erwartete Mindestgewinnweite ist dann so groß. Ihr seht, ich muss nicht mal Trefferquote von 50-50 haben. Und trotzdem mache ich bei zwei Trades mehr Gewinn, als ich riskiere oder als ich verloren habe. Also ich kann sein, wenn ich zwei Trades mache bei 50-50, einmal verliere ich das, einmal gewinne ich das. Der Gesamtgewinn aus zwei Trades ist dann immer noch diese Differenz hier. Das ist natürlich jetzt unter der Annahme, dass es 50 Prozent sind. Das kann auch ein bisschen mehr sein. Das kann natürlich auch mal weniger sein. Aber trotz alledem, ihr seht, das ist der Spaß an diesem Handelsansatz, dass man das relativ leicht so auflösen kann und dementsprechend gute Chancen sich ausmalen kann, dass man die Situation positiv eben auflösen kann. So, macht er das denn jetzt? Wissen wir das schon? Ne, das ist ja die Bedingung dafür, dass sich die Abwehrzeit überhaupt spielen will. Also wer jetzt sagt, da warte ich doch nicht da unten, dann geht doch jetzt schon Short. Vorsichtig. Wer sagt denn nicht, dass wir hier sowas kriegen? Ja, du, du redest doch die ganze Zeit von der Short-Seite. Wenn ihr jetzt den Eindruck habt, ihr habt Selbstgespräche. Das sind so typische Einwände, die ich normalerweise dann höre. Ja, die Short-Seite, dann, wenn wir diese Marke da unten durchstoßen, geht der Markt so nach oben? Dann natürlich nicht. Aber dann werde ich auch nicht hier getriggert. Das heißt, Short ist für mich nicht relevant. Das heißt, oberhalb wäre theoretisch hier noch eine Long-Seite möglich. Naja, theoretisch schon, aber das Problem ist, wartet immer auf zumindest mal korrektive Rücksätze. Wir können mal im Viertelstunden-Chart oder im Fünf-Minuten-Chart gucken, wie es da aussieht. Da wissen wir auch noch nicht so genau, was der Markt hier vorhat. Das sieht eher dreiwellig aus, also eher korrektiv. Das sieht eher noch fünfwellig aus. Also im Moment würde ich noch nicht so sehr darauf setzen, dass wir jetzt auf die Short-Seite wechseln. Aber wir haben ja noch Platz bis zu der Entscheidungsmarke, die hier unten liegt. Also insofern müssen wir da noch keine Sorgen haben. Vorläufig ist es wohl eher die Aufwärtsseite. Und für die, die ganz klein unterwegs sind, fünf Minuten-Chart oder sowas in der Richtung, ihr könnt, solange wir aufwärts quasi das gleiche Bild, was ich hier gezeichnet habe, nur umgekehrt, habt natürlich die Long-Seite nehmen. Ja, also insofern, das ist quasi das Gleiche in Grün, solange die Seite dynamisch ist. Das heißt, möglichst fünfwellig oder zumindest mal am besten am Faden gezogen. Kleine Korrekturen, die meistens nicht überschneiden, so ähnlich wie wir das hier zum Beispiel hatten. Das ist eine gute Situation. Dann brauchen wir aber noch Korrektiv. Verlasst euch nicht drauf, dass es korrektiv wird. Denn hier sah es ja auch nicht korrektiv aus. Ja, aber wenn es korrektiv wird, haben wir auch schöne Einstiege. Korrektiv, dreiwellig oder eben mehrfach. Hin und her gehen mit Kursüberschneidungen, sowas in der Richtung, ist die Idee, die dahinter steckt. Also kurzzeitig sehe ich noch nicht, dass man hier unbedingt Shorts schon mal sehen kann. Aber, also da würde ich eher noch sogar auf der Long-Seite unterwegs sein. Aber spätestens an der Stelle wird das Ganze interessant. Nur, ihr müsst langsam aufpassen. Das heißt, langsam aufpassen. Wenn der Kurs weiter nach oben geht, dann müssen wir langsam aufpassen. Dann stellt euch vor, der Kurs geht erst noch nach oben. Dann bleibt der Einstieg ja dieses Tief hier wahrscheinlich. Wenn dieses Tief aber hier bleibt, dann wird das Chance-Risiko-Verhältnis immer unangenehmer, weil dann natürlich das Hoch immer höher rutscht. Das Target allerdings auch immer höher rutscht. Das heißt, stellt euch vor, der geht jetzt noch mal um diese Strecke nach oben weiter. Dann ist mein Target hier. Und mein Stopp geht ja auch ein bisschen nach oben. Dann seht ihr, zack, auf einmal wird das nicht mehr so lukrativ. Das heißt, dieser Einstieg ist wunderbar, wenn es bei diesem Hoch bleibt. Vielleicht noch ein Millimeter höher ist auch okay, aber jetzt nicht mehr großartig nach oben ausweichen. Aber wenn wir weiter nach oben marschieren, ist die Idee vielleicht immer noch gut, aber nicht dieser Einstiegstrigger. Das könnte allerdings sein, dass wir vielleicht, das ist meine Annahme, im weiteren Verlauf irgendwie sowas noch bekommen. Wäre ebenfalls in Ordnung, solange es ungefähr in dieser blauen Kiste bleibt, die ich ja schon beschrieben habe, ist das nach wie vor in Ordnung. Und dann wäre halt das letzte Zwischentief der mögliche Trigger für die Short-Seite. Und dann seht ihr, dann ist auch, wenn ich das hier wieder runter projiziere, hier auf die Abwärtsseite projiziere, den Stopp irgendwo hier oben hinsetze, dann seht ihr, das ist wieder klein, das ist wieder groß, dann passt das wieder. Also noch nicht jetzt sofort in Short-Panik geraten. Im Moment gibt es da noch keine Anzeichen dafür, aber es gäbe die Möglichkeit, wenn der Markt das nutzt. Solange erst die Aufwärtsseite vielleicht noch mal im Blick haben, insbesondere wenn es eher korrektiv nach unten geht und die Aufwärtsseite ja so schön stark ist. Das grundsätzliche Bild ist ähnlich beim Nasdaq, allerdings hat er sich schon relativ weit hier von diesem Tief hier entfernt. Man sieht es hier im 5-Minuten-Chart, also das sieht zwar jetzt dreiwellig aus, aber ihr seht schon, der Einstieg ist sehr weit weg. Das heißt, beim Nasdaq bräuchten wir einen anderen Einstieg, wenn die Short-Seite überhaupt in Frage kommt, dann müsste das vielleicht auf dieser Zeitebene sein. Der ist also gar nicht attraktiv, weil er einfach zu weit weg ist. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Shorts. Warum denn nicht über die Long-Seite? Doch, das wollen wir natürlich auch machen. Von diesem Tief ausgehen, haben wir jetzt hier ja eine Pause gemacht. So, wenn er jetzt hier einen neuen Anstieg macht und irgendwann wieder eine Pause macht, die ähnlich groß ist, dass man sagen kann, ja, wir wissen, das bezieht sich auf das hier. Das ist immer wichtig. Vergleicht immer ähnlich große Bewegungen. Mach es mal größer. Dann sind wir, wenn das so ähnlich aussieht, wie ich es jetzt gezeichnet habe, haben wir doch wieder diese 1, 2, 3, hier 5er Situation, haben hier so zwischen Longs nochmal, immer wenn es hier korrektiv, das erzähle ich euch nichts Neues, dann hätten wir als letztes wieder einen Impuls nach oben. Dann wäre unsere hoffnungsvolle Erwartung auf die nächste Korrektur, um danach wieder Long zu gehen. Ihr seht, als Händler sind wir Trader, Fähnlein im Wind. Und wir machen das, was die Marktteilnehmer machen. Wir mischen uns da nicht ein. Wenn die sagen, wir gehen eher hoch und wackelig runter, dann gehen wir halt ein Stück mit hoch. Ja, der Anstieg ist nicht optimal, wenn ihr das jetzt anguckt. Aber zumindest mal besser als der Rücksetzer. Da seht ihr den Unterschied zwischen einer wirklich korrektiven Abwärtsbewegung und einer, naja, nicht wirklich optimalen Aufwärtsbewegung hier. Könnte ein Leading sein jetzt im Nachhinein, aber lassen wir das mal so außen vor. Also ihr seht, spannend ist es allemal. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt auf die Short-Seite jetzt zu wechseln. Aber seid nicht zu, verlasst euch nicht so sehr da drauf. Wenn er irgendwann stark abwärts wackelig hoch geht, dieses Szenario bleibt immer noch gültig. Ja, eine relativ gute Chance haben wir noch, bis zum Trendkanal auch noch mal hoch zu gehen. Das ist 12.500 in etwa. Würde mich jetzt ebenfalls nicht wundern, hier beim Nasdaq 100 Future. Wie gesagt, noch der Märzkontrakt, morgen wird umgestellt. Auf den Juni, wenn ihr euch fragt. So, also insofern, soweit die Situation hier. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Der Dow Jones ist fast noch am schönsten, auch was die Symmetrie angeht, in diesem Verhaltensmuster ein wunderschöner Fünfweller hier runter zu sein. 1, 2, 3, 4, 5. Hier die A, B, C nach oben. Können auch hier mal gucken, wie hoch ist der Anstieg. Ist das hoch genug? Naja, es ist eher auf der Unterseite dieses, dieser Kiste, aber es ist immerhin so weit, wie es sein sollte. Die 38er Marke liegt ungefähr bei 33.000. Ein bisschen tiefer darf er ja. Ein bisschen höher, bisschen tiefer, sage ich ja immer. Diese Marke ist das Tief von heute Morgen, ähnliche Uhrzeit oder gleiche 8 Uhr morgens tief, also von der 8 Uhr Kerze hier. Ein 4 Stunden Chart. Das Tief wäre der Trigger, das liegt bei 32.732. Und wenn der Kurs sich noch ein bisschen hier der Abwärtsseite nähert, Jetzt kriege ich die nicht mehr weg. Doch, kriegen wir weg. Dann ist meine Erwartungshaltung, dass wir das, was wir hier kriegen, nochmal bekommen mit zielweiter 100%. Das ist sehr häufig, dass es nochmal so lang dauern. Es muss nicht so weit sein, aber es wäre nicht untypisch. Dann sind wir bei 32.000. Was wir ja gar nicht so schlecht fanden, hatten wir mal festgelegt, was diese Bewegung angeht. Theoretisch müsste es sogar dann nochmal einmal ein bisschen hochgehen und nochmal ein bisschen tiefer. Denn ich vermute eher, wenn wir wirklich die 32.000 angehen, dann wird das eher wahrscheinlich ein Fünfweller sein. Aber das ist eine Geschichte, die wird ein andermal erzählt. Also ihr seht, das Abwärtspotenzial ist noch da und insbesondere beim Dow Jones ist es noch längst nicht gebannt. Diese Marke, die ich genannt habe, bei 32.725 in etwa, das ist der Dow Jones Future, Märzkontrakt, ist der Entry sozusagen und bin ich für die Long-Seite nicht wirklich glücklich mehr. Aktuell gilt so ähnlich, wie das bei den anderen Indizes war, muss man noch nicht auf die Short-Seite gehen und Chance-Risiko-Verhältnis, glaube ich, ist so offensichtlich, da muss man eigentlich kaum drüber reden, dass man hier auf jeden Fall diese Chance nutzen kann. Das ist ein Trade, den ich mir im Hinterkopf behalte. Born for Trading werde ich ihn ziemlich sicher reinbringen, zumindest wenn er sich so ausgeht, also wenn er in die Richtung geht. Ich habe ihn auf die Liste gemacht. Falls er morgen noch spannend sein sollte, dann kann es sein, dass ich ihn auf den Trade des Tages mit den ganz konkreten Marken, die dann gültig sind, auch nochmal bringe. Eigentlich habe ich die meisten schon genannt, also ihr müsstet das aus eigener Kraft schon hinkriegen hier. So, und der DAX? Ja, der DAX witzigerweise, er hat, machen wir mal hier die unnötigen Zeichnungen mal ein bisschen weg, der DAX hat so halbwegs das gemacht, was wir wollten, er ist allerdings nicht, ich mache mal das Blaue hier nochmal weg, er hat das nicht so hingekriegt, wie wir das am liebsten gehabt hätten, nämlich, dass er hier nochmal in diese kleine Box reinfällt. Das hat er nicht hingekriegt. Er ist korrektiv hoch, ja, das haben wir, glaube ich, gestern schon besprochen. Er ist aber auch korrektiv runter, korrektiv deshalb, weil überschneidend. Und jetzt kommt er hier gerade nach oben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich nicht mal wundern, wenn das eine, wenn das nicht eine Flat-Korrektur wäre und wir anschließend das, was wir hier hatten, nochmal bekommen, aber dann eben mit diesem zeitlichen Versatz. Indikatorenmäßig, das hatten wir gestern Abend mal besprochen, das ist jetzt hier eine eigene Konstruktion, der Born Oscillator, aber das könnt ihr so ähnlich auch sehen mit dem Stochastik oder irgendeinem anderen, des Momentum messende Indikator. Seht ihr, der ist einigermaßen gut synchronisiert, das heißt, die Hochs und Tiefs findet er durchaus einigermaßen gut, wollen wir nicht überglorifizieren, aber das passt durchaus so halbwegs mit den vorderen Hochs und Tiefs und hat hier jetzt da unten ihm nochmal gesagt, jetzt kannst du long gehen, gib mir nochmal zwei, drei Wartekerzen und dann wäre durchaus denkbar, dass damit das Ding einläutet. Also ich bin noch nicht so super gut bullisch unterwegs im Augenblick. Und wer sich an die letzten Videos erinnert, der weiß, eigentlich habe ich übergeordnet ja dieses Bild durchaus noch auf dem Plan, aber eben nach diesem Rücksetzer in die Kiste. Muss er in die Kiste? Muss natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind relativ gut, dass er das auch noch sieht und aufgrund dieses Patterns halte ich das nicht für unmöglich. Short gehen würde ich diese Strecke allerdings nicht, denn der Trigger dafür wäre hier, und da seht ihr schon, das lohnt sich ja gar nicht. Richtig. Also diesen Short auf dieser Ebene könnt ihr aus meiner Sicht nicht machen. Wenn ihr irgendeinen Indikator habt, der euch hier Frühwarnung da oben gibt, okay. Wer die Short-Seite gerne handeln will, dann Schub runter, wackele ich nach oben, aber wir sind schon im 15 Minuten Chart, also das ist dann wirklich eine kleine Intraday-Geschichte, dass es in etwa so aussieht. Wird er im Gegensatz allerdings irgendwie nur so runterkommen, und dann euer Lieblingsindikator bis dahin schon wieder gedreht haben, dann denke ich mir, naja, vorsichtshalber mal lieber vorläufig die Long-Seite im Blick haben, denn diese Seite ist stärker als die. Stichwort für die Profis, Leading, zweite Welle und wir sind dann in der dritten Welle hier irgendwie schon auf dem Weg nach oben. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.